Aber was ich total spannend fand, die Bahia, die May-Studie, die ist nicht wirklich überzeugt von meiner Führungskompetenz, was ein Problem ist in Bezug auf mit ihr alleine außen spazieren zu gehen. Aber ich konnte gut feststellen, seitdem wir die Arbeit machen, also den Kurs mit ihr machen, dass sie das total cool findet, dass ich ihr Bewegungskompetenz rüberbringe. Und wenn jetzt irgendwas gruselig ist, kommt die durchs Paddock angeschossen. Also wir haben ein großes Paddock und fragen mich dann so, kann man hier wirklich so ruhig stehen bleiben wie du gerade oder wie schaut es aus? Also das hat mich sehr verwundert. Ich habe diese Dame 16 Jahre schon, die ist jetzt 20 und das hat man noch nie. Und wir können jetzt auch, also dreiviertel Stunde, Stunde sind wir ja jetzt nach Ausdauertraining, können wir schon weiter weg.